Musik 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 Neuer Ort entdeckt, Flusspferd, nein, nein Die kämpft gerade mit 2 oder was Kannst du mal Der blockt alles, die Sau Jetzt nicht mehr Jetzt blockt er gar nichts mehr Musik Musik Oh, da kommt der Pross Musik 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 So. Fertig werden. Mehr ist nicht zeitig. Wollen wir noch kurz plündern hier. Was macht denn die? Ist die bescheuert? Die greift die ja alle an. Oh, heiliger Bimbaum, die ist dann nicht mehr ganz dicht, die Olle. Na gut, dann sag an. Haku fielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht eine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Ja, machen wir doch glatt. Wollen wir mal, hier gibt es noch was zu plündern. Alter, macht die hier sämtliche Flussschweineblatt. Hier mit dem Bündchen. Steig nochmal auf. Ach, ich soll auch noch fahren, oder was? Nee. Ach, dann, ja, setze ich mich mal. So. Eine Flussfahrt, die ist lustig. Ich... Wo ist der ganz harte? Bei den Göttern. Sefetto ist hier. Was? Erst so ein Ufstand. Und jetzt lahmst du hier so rum. Ah, okay. Geil. Und ich hab, äh, warte mal gerade, ich muss mal gerade was gucken. Ja, keine Schlafffeile mehr. Penis? Was für ein Penis? Oh, hier gab's wohl ein kleines Barbecue. Scheiße. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir noch ein paar sind. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Hier rennt was rum. Da rennt was rum. Da ist noch was. Kein, 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 kein Boss. Kein Boss? Nö, scheinbar nicht. Gut. Ich bräuchte erstmal ein paar Pfeile. Wenn ginge. Hey. Ina. Ha. Mir entkommt keiner. Sicher? Da bist du ja. So, Freundchen. Machen wir erstmal den da hinten. Schleichen uns mal hier außen lang. Schleichen. Mhm. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir hier mit Jessica wieder reden. Von den Bösen war im Moment keiner mehr da. Alter, wie sieht denn die jetzt aus? Ich habe vor allen Dingen was gesehen, da hat eben was geklitzert. Oh Gott. Du, oh Götter, unglaublich, du lebst. Ich lasse dich nicht zurück. Aaaaaah! Die weiß ich auf jeden Fall zu werden. Gut. Meine Vättern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Klassische Herausforderung. Jetzt geht es zur Sache. Da haben wir eben noch von einem legendären Bogen gesprochen. Und zapp, da ist er. Äh, wo müssen wir hin? Warte mal, ich lass mal meinen Gaul kommen. Ih, der kommt hier nicht. Gibt's hier noch irgendwo ein... Ah, da sind Pferdchen. Warte, warte. Jetzt rammelst du noch in mich rein, Mann. So, auf geht's. Komm, Mädchen. Oh. Da haben wir ihn. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Harkuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Dua zurückholen. Aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. Quest abgeschlossen. Rauch über dem Wasser. Und wir sind... Stufe 20. Perfekt. Sehr geil. Gab auch direkten Erfolg. Wir gucken mal gerade nach den Fähigkeiten. Wir uns... Ah, uns fehlt noch ein Punkt. Drei brauchten wir, gell? Für den Dompteur. Ja, scheiße. So, wir haben einen neuen Bogen. Und zwar einen richtig schicken. Der ist aber erst Stufe 15. Aber den können wir ja dann auch wieder aufwerten, denke ich mal. Aber der macht jetzt schon mehr Schaden. Sehr geil. Cool. Gut. Dann gucken wir nach den nächsten Quests. Gut, die sind jetzt alle ein bisschen weiter weg. Ich würde sagen, wir nehmen... Machen wir die mal. Ganz kurz nochmal ins Inventar, damit wir hier die... Ausrufezeichen wegmachen. Ähm, 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 ähm. Und bei der Ausrüstung können wir irgendwas Neues bauen? Nee, ne? Da fehlt uns Holz. Da fehlt uns Bronze. Da fehlt uns Holz. Frustschutz können wir herstellen. Ja, hervorragend. Bam. Und was haben wir hier? Hilfsmitteltasche. Ja, weiß ich nicht. Brauchen wir? Müssen wir? Ja, komm, machen wir auch. So. Was ist das Ding hier dann, oder? Ach nee, das ist hier unten die Tasche. Wir haben jetzt mehr Pfeile und so. Ja, wie geil ist das denn? Alles klar. Sehr schön. Was haben wir hier? Verwesungsgift. Ach so. Äh, Kampfrausch. Äh, arglosen Gegner. Wie, wie, wie. Wie rüsten wir die denn eigentlich aus? Ähm. Wie rüsten wir die denn aus? Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe schon eine ganz andere Tasse gedrückt. Bist ein Du drauf? Ich habe nämlich nur die Schlaffpfeile. Ach, guck mal hier die Mietzchen wieder. Hallo. Kätzeleins. Ja, dann komm halt her. Die geht weg. Was mit dir? Kurz Rauli machen? Ne? Ne? Gut. Äh, ich schleiche wieder rum. Ja. Komm mal her. Mein stolzes Ross. Tret mir den Arsch zu. Auch nicht schlecht. So. Los geht das. Ach, das ist hier wohl wieder eine, so eine, so eine, so eine Sherlock Holmes Geschichte, glaube ich. So, wie es aussieht. Ah, ich steige mal. Ich steige mal hier ab. Wo wir wieder Sachen finden müssen. Die mag ich ganz gern, die Aufgaben. Die sind ganz cool. Ich sollte diesen Servus finden und sehen, was er über Sifetu weiß. Ob er mit dem Skarabeus in Verbindung steht. Na, ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer ihm wohlgeset ist. Wie laufen die Geschäfte? Gar nicht übel. Bist du auf der Suche nach etwas? Nach Servus, dem Hafenmeister. Weißt du, wo ich ihn finde? Nach wem suchst du? Wieso? Ich kenne ihn nicht. Ist er nicht tot? Was willst du denn überhaupt von ihm? Er war ein guter Mann. Ein guter Mann? Also kennst du ihn doch? Oh nein. Das erzählt man sich nur von ihm. Lass mich in Ruhe. Hm, hm. Komm, Obst. So, dem Lautschirm haben wir hier das Fett durchs Obst. Sucht ihr nach Datteln? Bei mir bekommt ihr die Besten. Der Braumeister benutzt dieselben für sein berühmtes Bier. Aha. Ich seh mich nur um. Kennt ihr einen Mann namens Servus? Servus? Der Hafenmeister ist tot. Aha, okay. Da weiß ich schon mal mehr, aber er ist nicht ganz so abgeneigt. Und wonach suchst du heute? Den Hafenmeister. Servus. Frag nicht nach ihm. Die Wache hat ihn getötet. Aha, 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 aha. Aha, aha, aha. So, was haben wir denn hier noch? Alter, was machen die zwei denn da? Sind die tot? Ja, sieht so aus. High Precession Gerät. High Precession Gerät? Nachdem sein Magen blubbert aber. Gibt's den hier zu holen? Achso, das ist ja wieder der Nomadenbazar. Was ist denn mit dir? Das war doch die von eben, oder? Ja, ja, sehr gut. Der will nicht mit mir reden, der will nur verkaufen. Ah, die zwei hier. Ich seh mich nur um. Kennst du einen Mann namens Servus? Den Hafenmeister? Ah. Warum fragst du nach ihm? Es heißt, er wird vermisst? Untergetaucht? Vielleicht tot? Was würdest du tun, wenn Zepheto ein Kopfgeld auf dich aussetzt? Ah, verstehe. Ich bin keiner von Zephetos Männern. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Ich halte mich da lieber raus. Ich kann dir leider nichts sagen. Was ist denn mit deinem Kumpel hier? Beste Schmiede von Zeiss! Na, du bist ein kräftiger Kerl. Willst du deine Rüstung verbessern? Haben wir schon. Sehr lang. Verzeih. Kann ich dir irgendwie helfen? Es steckt an. Momentan suche ich nach Servus. Dem Hafenmeister. Natürlich. Servus ist... ...verreist. Verreist. Mhm. Verreist? Ja, äh... Er wollte nach Lithopolis. Es heißt, er beginnt dort ein neues Leben. Dann ist er nicht tot. Tot? Warum glaubst du, er sei tot? Jeder erzählt eine andere Geschichte über Servus. Ich frage mich, ob einer von ihnen mehr weiß, als er zugibt. Ach so, die verlassen den aber nur nachts. Na dann. Machen wir es mal nachts. So, die zwei sind da unten. Ach, sind das meine zwei Verdächtigen? Wo ist denn der dritte? Der alte Stumme ist ja wieder rumgeschlichen. Der ist doch aus einer reichen Familie. Mag sein. Vielleicht wurde er deshalb noch nicht aus der Stadt gejagt. Mag sein. Vielleicht wurde er deshalb noch nicht aus der Stadt gejagt. So, dann gehen wir doch mal gucken, wo die hingehen. Könnte ja sein, dass sie uns direkt zu ihm führen. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus. Auf Befehl von Sifetu. Wer denn noch gar nicht fehlt? Gib den Weg frei. Geht nach Hause. Auf Sifetus Befehl. Achtet die Ausgangssperre. In Sifiliad. Hm, hm, hm. Der wäre fast auf mich getreten, der Idiot. Niemand verlässt bei Dunkelheit das Haus. Auf Befehl von Sifetu. Ja, halt die Klappe. Ich muss hier jemanden verfolgen. Das ist mein Gaul. Klar. Was machst denn du hier? Hm. Wie kommst du zurecht? Hm. So gut es geht. Ich bin dieses Versteckspielleid. Auf dem Markt treibt sich ein Fremder rum, der nach dir fragt. Was? Wer ist das? Einer von Sifetus Hunden? Ich weiß nicht. Ich glaub aber nicht. Er trägt eine altmodische Marke, aber er sieht gefährlich aus. Ja, das ist schon mal... Ja, ich bin auch gefährlich. Was für eine Marke? Ich bin gefährlich. Ein Meldlerabzeichen, glaub ich. Ein Beschützer? Hm. Behalt ihn lieber im Auge. Ja, haha. Na dann viel Erfolg. So. Dann gehen wir mal gucken. Wir sind keine Kämpfer. Du kannst dir das Kopfgeld für mich abholen. Ich bin keiner von Sifetus Männern. Ich suche nach Servus. Im Auftrag von Akuf. Gut. Ich bin Servus. Der mächtige Hafenmeister von Sais. Versteckt in den eigenen Docks. Was will er von dir? Sefetu. Er hat die ganze Stadt im Würgegriff. Besteuert uns zu Tode. Er lässt Gehöfte niederbrennen. Das stimmt. Ich hab getan, was ich konnte. Ich half ein und Ausfuhren vor ihm zu verstecken. Denn was Sefetu nicht sieht, kann er nicht besteuern. Und er fand es heraus. Seine Männer überfehlen mein Geschäft und mein Haus. Doch die Aufzeichnungen sind auf der Feluke. Wenn sie sie noch nicht gefunden haben, dann sicher bald. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ja. Meine Feluke ist im Hafen von Sais angedockt. Ich hätte sie gerne in einem Stück zurück. Aber wenn du sie zerstören musst... Äh, was? Zerstören? Äh, ich wollte eigentlich nur Papiere holen. Muss ich, äh, werde ich... Ähm, keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und das sieht mir schon wieder schwer nach einem... Neuer Ort entdeckt. Lagerhaus von Neretmehetet. Äh, warte mal ganz kurz. Will mal grad was gucken hier. Weil ich glaube nämlich, hier treibt sich ein bisschen was rum. Ich finde das so weltklasse, dass, äh... Dass unser Wellensittich hier durch die Wände gucken kann. Alter, was... Wollt ihr alle bescheuert? Was wollt ihr denn alle hier? So. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wer hier mich wo sieht. Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön... Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hast du schon was gefunden? Nein. Der verfluchte Servos hat die Papyri so gut versteckt wie sich selbst. Such weiter. Wenn wir ihm etwas nachweisen können, dann wird Cephetu uns belohnen. Und wenn wir nichts finden? Dann erzählst du es, Cephetu. Weiße Rappis, er wird nicht erfreut. Das ist geil, da schwimmt einer. Plansch. Ja, komm nur her. Aber bitte nur einzeln. Einer nach dem anderen, bitte. Die kommen mir zu dicht, die kommen mir zu dicht. Nee, der bleibt schön. Oh, da kommt noch einer. So, äh... Ich kann den Busch plündern. Hier auch nochmal. Die sind alle auf H8 hier. Gehen wir nochmal direkt wieder in den Busch. Haha, verarscht. So, hier machen wir jetzt erstmal unsere... Pfeile voll? Bist du dir sicher? Wieso springt er denn da vorbei? Jetzt wäre doch ganz dicht. Tschüss. Tschüss. Aua. Bist du müde? Was? Stirb, du Sau. Bitte was? Was gefunden? Bisher nicht. Ihr seid dämlich. La, la, la. So, hier gibt's noch was zu holen. Hier gibt's noch was zu holen. Wir gucken mal gerade noch ein bisschen. Hier gibt's noch was zu holen. Ich bin auch schon weg. So, haben wir mal schicken. Böntchen geklaut. So, mal gucken, ob unsere Anlegekünste... Boah. Boah. Wie zachte. Gucken wir mal hier. Hä? Hmm. Du musst dich nicht länger verstecken. Deine Feluke ist sicher. Deine Aufzeichnung auch. Du hast mein Boot gerettet. Hier, nimm das als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Na, das ist aber sehr nett. Vielen Dank. Du hast hier vieles verbessert. Es gibt genug Menschen, die bereit wären, dir zu helfen, Servus. Wieso tut ihr nichts gegen ihn? Sefetto ist viel zu mächtig, zu gierig. Er weiß, dass niemand stark genug ist, ihn zu stoppen. Wir sind keine Kämpfer. Aber ich... Sefetto wird ständig von Soldaten bewacht. Deine Basis in Nikio wird von Ballisten geschützt. Dumm wie ich war, importierte ich sie. Möge Amun dich beschützen. Quest abgeschlossen. Und weiter geht's. Datama, Datama, Datama. Kurzer Blick. Möge Amun, Möge Amun, Möge Amun. Wir machen jetzt mal... Wir machen jetzt mal... Wir machen jetzt mal der Stufe nach. Die Quests, glaube ich. Warte mal, man kann ganz kurz durchlesen. Nessa Moon. In der Nanobier von Zeiss. Wo müssen wir da hin? Ja. Da würde ich sagen... Ja, wir fangen mit dir an. Geblie. Ja, wir machen jetzt mal. Am helfe. Man, keine Ahnung. Wie ist das? Bis zum nächsten Mal.